Es ist, das kann ich Ihnen sagen, alles angerichtet. Rasentopf, Zuschauer sind da, ausverkaufte Hütte und die äußeren Bedingungen, die sind auch wirklich ideal. Den ganzen Tag über hat die Sonne rausgeguckt, es war wolkenlos und die Wetterfälle, hat er gesagt, auch ist so. Aus der Entfernung ist echt was möglich. Und über die Seite. Das Fall war eindeutig im Strafraum. Die logische Konsequenz kann nur... Problemlos für Kepa. Unfassbar versinnelt. Das wird ihn schwer beschäftigen, da bin ich mir sicher. Es sah so aus, als wüsste er nicht genau, was er selbst vorhat. Und jetzt schießt er. Er trifft es. Versucht es mit einer Hereingabe. Tolles Gegenbeschirm. Er trifft ihn. Ja, ein guter Versuch. Aber das war... Gefährlich. Spielverlagerung auf die linke Seite. Er zirkelt ihn rein. Da ist die Chance. Was für ein dicker Kupf. Timo Werner. Am Tor vorbei. Sie kommen zu. Werner. Da ist sie schon. Jetzt ist er drin. Das ist der nackte Wahnsinn. Das ist der Last-Minute-Treffer. Das muss der Sieg sein. Sie haben den Ball, Robert. Sie haben Blitz schnell umgeschaltet. Genau so musst du einen Konter spielen. Und sehr viel besser hätte er sich bei seinem Trämerkampf. Wohl ist es! Der Referee bei Frank und Damitz ist das Spiel. Der Referee bei Frank und Damitz ist das Spiel.